Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Craft Attack 4. Heute habe ich was Spezielles vor. Eigentlich habe ich heute zwei Sachen vor. Denn erstens habe ich gerade eben, ich bin so hier lang gegangen, schwubbeldiwubbeldidu, bla 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 bla, habe geguckt, oh, oh, wir haben ja fast kein Eisen mehr und oh, wir haben ja fast keine Diamanten mehr, wobei wir hier noch, ne, aber wir haben ja fast kein Eisen mehr, das kann auch gar nicht sein. Oh, wir können das hier mal rausnehmen eigentlich. Wir haben ja fast kein Eisen mehr, das kann ja gar nicht sein. Und deswegen, Leute, habe ich mir gedacht, wir fangen die Folge heute mal wieder an mit einer einstündigen Mining Challenge. Das heißt, ich gehe in meine Stripmine, mache da eine Stunde lang Hokus Pokus und ja, und wenn ich fertig bin, komme ich wieder und dann zeige ich euch, was ich alles gefunden habe bei meinen und ihr könnt in den Kommentaren wieder mitraten, aber weil es beim letzten Mal super unübersichtlich war, habe ich heute eine kleine Idee, wir halten es ein bisschen einfacher und zwar könnt ihr in den Kommentaren einfach nur sagen, wie viele Diamanten ich finde. Schätzt mal, wie viele Diamanten ich in dieser einen Stunde finde. Ich, wie gesagt, gehe jetzt eine Stunde lang mit meiner Glück-3-Spitzhacke runter und haue ein bisschen Stein kaputt, gehe in meine Stripmine. Wie viele Diamanten glaubt ihr, dass ich in dieser Stunde finde? Mal abgesehen von dem ganzen anderen Quatsch, nur Diamanten. Leute, ich freue mich schon auf das Ergebnis und wir sehen uns in einer Stunde. So, die Stunde ist rum und ja, ich habe noch ein bisschen was in meiner Ender-Jazz, das sollte ich vielleicht nochmal ganz kurz holen und zwar den ganzen Kram hier und ihr seht schon, ich habe nur 18 Diamanten bekommen. Nur 18, oh Mann. Naja, ähm, naja, 18 Diamanten haben wir bekommen und die erst ganz am Ende von der Challenge, also erst ganz am Ende habe ich dann wirklich mal Diamanten gefunden. Das war so ein bisschen, oh Gott, wie lange hänge ich jetzt hier schon und ich habe immer noch keine Diamanten. Aber 18 Stück haben wir und das ist gar nicht mehr so schlecht, finde ich. Ähm, wenn wir jedes Mal bei so einer Mining-Challenge so ein paar 20, 18, 15 Diamanten rausholen, dann sind wir bald der reicheste auf dem Server. Aber ich glaube, das sind wir sowieso schon, weil wir über zwei Stacks Dias haben. Ähm, ja, oder haben wir mittlerweile über zwei Stacks Dias? Ich meine, wir haben, ah ne, 57 Dias hier und doch mal einen ganzen Stack hier drin. Ähm, ja, finde ich ist eigentlich ganz gut. Ich mache jetzt die Idee nochmal ganz kurz zu Blöcken, die Sachen hier. Ähm, so, einmal hier zu Blöcken gemaked. Und das hier auch nochmal, einmal weggeschnitzelt. Und dann können wir hier eigentlich schon das Eisen reinpacken, wobei das packen wir noch nicht da rein, denn wir gehen erstmal runter. Das ist alles, was ich bekommen habe, wenn ich das jetzt nochmal dazu packe, ist das alles plus die 18 Diamanten, die ich aus dieser Mining-Challenge bekommen habe. Und wir haben wieder über einen Stack von Redstone-Blöcken. Wir haben zwei Stacks und einen halben Eisen, den nehme ich mal ganz kurz raus. Wir haben sieben Gold, was gar nichts ist. Und wieder richtig viel Kohle, mit der wir was anfangen können. Und 15 Stacks, äh, äh, 15 Obsidian-Blöcke. Was auch ganz cool ist, die packe ich mal da rein. Habe ich hier eigentlich Obsidian drin, ja, Obsidian-Blöcke. Wir können daraus dann später auch mal Eisenblöcke machen, was in der Ender-Chest ist. Und hier packe ich mal ganz kurz rein. Und, ähm, hier packe ich mal ganz kurz rein. Und dann packe ich hier mal den Rest rein. Ähm, wir haben jetzt noch sieben Gold. Die packe ich mal ganz kurz in unseren Gold-Dropper. Da müssen wir auch noch was mit tun. Aber ansonsten würde ich sagen, war diese Mining-Challenge ganz erfolgreich. Und heute möchte ich mit euch noch was anderes machen. Und der Dropper ist langsam zu voll, als dass wir dann auch alles reinpacken können. Ich mache auch mal ganz kurz das hier. Äh, ja, das können wir mal eben ausbauen. Oder wegmachen. Guck mal, und jetzt haben wir schon unsere Spitzack ist komplett repariert. Das ist so cool. Mending ist so super. Ähm, und dann packen wir das hier rein. Einmal da reingeschnitzelt. Und das hier auch nochmal. Zack. Und dann können wir das hier auch nochmal ganz kurz. So. Und da klingelt's. So. Da war das Klingeln um. Noch ein bisschen mit den anderen gequatscht. Noch ein paar Grundstücke mit dem Rotpilz angeguckt. Aber jetzt machen wir erstmal mit der Folge weiter. Denn wir haben ja bis jetzt nichts gemacht. Außer, ähm, diese leere Kiste hier aufgestellt. Nein. Die, äh, Mining, ähm, I know. Äh, diese, äh, Mining Challenge zu machen. Und heute möchte ich, ähm, hier so ein bisschen was machen. Ein bisschen was am Haus arbeiten. Weil hier, äh, naja, die Schilder, die sind super. Aber ich möchte die woanders hinpacken. Äh, auch hier die Schilder, auch unten die Schilder. Und, ähm, ich möchte auch, dass es hier irgendwo hoch geht. Noch weiter zu meinem Turm. Und aktuell gehen wir ja immer den Weg hier hoch. Und der Weg ist dann, hm, ich sag mal bescheiden. Ja, ich hab hier übrigens, by the way, ähm, schon mal ein bisschen Holz reingezogen, um zu gucken, wie es aussieht. Weil so ungefähr soll das aussehen. Ich glaube, ich mach das Holz aber noch einen höher. Oder ich mach hier... Oh, das ginge auch, wenn ich da Treppen hinmache. Das wär, glaub ich, auch ganz cool. Ähm, muss ich noch gucken, wie ich das mache. Äh, jedenfalls... Oh, das kann ich auch wegmachen. Guck mal, da haben wir ganz viele Steine. Haben wir wieder. Die brauch ich da gar nicht. Cool. Ähm. Naja, äh, was wir jetzt machen können, das kann ich auch wegmachen, weil das ist nicht mehr von Nöten. Ähm, was wir jetzt machen, wie gesagt, ist der Weg hier hoch mal vernünftig. Äh, weil da haben wir aktuell noch gar nichts. Oder haben wir generell noch gar nichts. Ich kann hier mal ein bisschen Platz machen. Äh, und wir sehen schon, da ist so ein bisschen unsere Haupthöhle. Ich mach hier mal, ja, am besten einfach mal alles Gras weg. Weil dann haben wir hier auch genug Platz. Ähm, ich weiß noch nicht ganz, wie ich hier den Turm hoch und runter gehen will. Weil entweder machen wir das mit Aufzug oder mit einer Treppe oder, was weiß ich, bei einem Aufzug wäre wichtig, dass wir die Etage, auf die wir kommen, auswählen können. Oder, dass wir von Etage zu Etage hochgehen. Weil wir haben hier pro Fenster, würde ich sagen, eine Etage. Das heißt, hier ist eine Etage. Das heißt, äh, hierhin kommt noch eine weitere Etage. Ich markiere mir das mal ganz kurz. Ja, mit Gravelblöcken wird schlecht. Ähm, aber hier wäre dann eine weitere, äh, Etage. Ich hab jetzt, wie gesagt, kein Holz dabei. Deswegen mach ich das mal ganz kurz so. Ich mein, mein Lager ist so weit weg, da kann ich nicht mehr eben hingehen. Nein, Quatsch. Aber, dass man hier eine Etage hat, so, dass man hier so ein bisschen, oh, guck mal, da fliegt gerade einer hoch. Man hat hier eine Etage, man hat da unten eine Etage, man hat da oben eine Etage. Das finde ich eigentlich ganz geil so gelöst, äh, mit den Fenstern. Weil da ist immer genug Platz drin, dass er auf den Etagen genug machen kann. Hier wäre dann die nächste Etage mit den ganzen Fenstern, ähm, äh, oder den ganzen Balkonsen, Balkonen, Balkoni, wie auch immer die, der Plural von Balkon ist. Man hat hier viermal einen Balkon. Und, äh, von hier aus kann man dann, äh, sich auch noch alles angucken und so. Und so will ich das aufbauen. Wie gesagt, das ganze Ding, was wir hier gebaut haben, wird ja noch viermal größer. Also, da kommt noch ein bisschen was. Aber da möchte ich erst ein bisschen farmen. Ich hab schon ein bisschen gefarmt auf Screen, aber es reicht noch nicht für eine weitere Etage vom Turm. Deswegen müsst ihr da noch ein bisschen Geduld haben. Ähm, ja, von unten, die Räume sind dann relativ hoch, aber das finde ich auch eigentlich ganz geil. Wie gesagt, was fehlt, ist halt noch die Treppe. Ich hatte mir überlegt, dass man vielleicht in der Mitte, ähm, die genau hier ist, ja, die genau hier ist, äh, so eine Wendeltreppe hochbaut. Das heißt, wir hätten in der Mitte einen fetten Holzpfahl, der sich dann komplett hochzieht. Und, ähm, wir hätten dann quasi hier an der Seite so einen Treppengedöns, äh, das dann im Prinzip, äh, warte mal, wie hab ich das hier gebaut? Ja, das dann im Prinzip hier so weiter hochgeht. So. So eine Wendeltreppe halt, die hier so lang geht. Und dann kann man hier immer hoch und runter gehen. Das würde die Etagen natürlich deutlich kleiner machen, ne? Also wir hätten dann hier deutlich weniger Platz. Das wäre ein bisschen blöde. Ähm, oder wir machen das halt immer an eine bestimmte Seite. So hier zum Beispiel, dass man dann hier immer so eine Treppe hat. Aber wie viel, ich finde die Treppe in der Mitte eigentlich ganz geil. Ähm, man könnte auch irgendwie so eine Slime-Konstruktion bauen, dass man, ähm, per Slime-Elevator hochgekickt wird. Das geht wahrscheinlich auch. Das geht wahrscheinlich sogar ziemlich gut, ähm, aber dafür brauchen wir halt ganz viele Slime-Blöcke. Äh, das können wir mal entscheiden. Also entweder bauen wir hier so eine Treppe in der Mitte oder vielleicht habt ihr auch eine Idee, auf die ich gerade nicht komme. Das wäre auch ziemlich cool. Oder wir bauen halt so einen Redstone-Piston-Aufzug hier rein. Wobei ich, ähm, ja, das finde ich eigentlich auch ganz cool, weil wir ja so viele Etagen haben werden. Das laufen wir unendlich lange hoch. Ähm, oder wir bauen halt so einen Minecart-Aufzug, wie ich es in Craft-Tag gemacht habe. Da ist ja das Problem, das Ding kann nicht mittig stehen, weil es halt, weil der Torben halt eine Zweiermitte hat. Naja, ihr seht schon, äh, das ist auf jeden Fall ein Thema, über das wir sprechen sollten. Ähm, wie gesagt, das hier finde ich eigentlich cool, so eine Dingens, aber man kann halt auch immer an der Seite runterfallen, was jetzt nicht so das große Problem ist, weil so weit sind die Etagen auch nicht voneinander entfernt. Wenn ich das hier mal ganz kurz bis zur nächsten Etage ausbauen, wir sind schon an der nächsten Etage, ja. Wenn wir das bis zur nächsten Etage ausbauen würden, dann wären wir hier und, äh, dann würde es hier auch wieder direkt weitergehen. Ich demonstriere das mal ganz kurz hier so, ne. Und, äh, eins, zwei, drei, so, dann könnte man hier wieder runtergehen, zack. Und dann könnte man hier so raufgehen, dann wäre man in der nächsten Etage natürlich mit Treppe und nicht mit, äh, Blöcken, die man hochspringt. Eigentlich fände ich das ganz geil, gerade auch, weil es uns hier unten so ein bisschen einschränkt. Wir könnten hier auch einzelne kleine Räume einziehen. Ähm, mal gucken. Ja, ich bin da mal auf eure Kommentare gespannt, was ihr dazu sagt, das würde mich echt interessieren. Aber wie gesagt, heute steht halt erstmal im Vordergrund, dass wir überhaupt da hochkommen können und dafür müssen wir hier das ganze Gedünsel mal wegmachen. Und ich glaube, das mache ich mal wieder in einer kleinen Timelapse. Ich glaube, das ist jetzt schon mal was. Und ich bin da in einer kleinen Timelapse-London-London-London-London-London-London-London-London-London-London-London-London-London-Saint. Bis zum nächsten Mal. So, jetzt habe ich hier mal ein bisschen weggeräumt. Ein bisschen ist gut. Ich habe quasi alles hier entfernt, was zu entfernen konnte. Hier drunter ist direkt unsere Höhle. Das heißt, wenn wir hier aufmachen, sind wir da tatsächlich direkt da. Das wäre jetzt blöd, weil ich keinen Screensort mehr habe, aber ich mache es einfach mit Cobblestone zu. Ich hätte einfach den Cobblestone abreißen sollen. Ja, hier oben ist jetzt quasi, das ist unsere kleine Mini-Höhle, die wir auch nochmal verändern müssen, sobald wir können. Und hier geht es raus. Und ich werde mal ganz kurz alle valuable Items, die ich habe, hier in die Enderchest packen. Weil, äh, da packe ich es hier mal ganz kurz raus, damit ich das Ding abreißen kann. Ähm, ja, wir müssen generell jetzt mal ein bisschen umbauen, denn so, das kann ich jetzt abreißen. Genau, da ist nichts mehr drin. Hier ist auch noch ein bisschen Lappes drin. Das pack ich auch nochmal hier rein. So, dann können wir schon mal hier so ein bisschen Platz machen. Ähm, ich möchte das ganz gerne so klein halten wie hier. Das heißt, einzelne kleine Gänge, die runtergehen, ähm, da möchte ich tatsächlich nichts dran verändern, auch aus Holz, sodass man denkt, man hat so eine Höhle mit Holzboden oder sowas. Finde ich ziemlich cool. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob ich Holz habe. Ja, in meinen Holzkistern. Äh, da ist kein Holz. Ähm, ich will, ne, da gehe ich nicht dran. Wir, äh, wir holen uns jetzt mal ein bisschen Holz. Wir fahren noch ganz kurz ein bisschen Holz. Ähm, aber das kann ich ja, äh, flott rausschneiden. Haha, Holz. Sehr gut. Äh, dann nehme ich ihn mir ganz kurz ein bisschen raus und mache daraus, äh, ein paar Treppen, denn die brauchen wir ja. Wo soll der Weg jetzt hochgehen? Ich würde es sogar ganz cool finden, wenn man hier rauskommt und der Weg geht dann hier so hoch. Ähm, quasi nicht direkt bei der Türe, weil da verändern wir ja auch noch was. Man kommt hier so rein, zack, zack, zack und hat hier so einen Weg, der hier hochgeht. Ähm, und dann kommt man hier in so einen kleinen unteren Teil der Höhle und man kann dann hier vielleicht auch mit dieser Spiraltreppe hochgehen. Man ist quasi in der Höhle und kann die Spiraltreppe hochgehen, äh, zu, äh, dem Dingens, zu dem Turm. Wir müssen hier natürlich alles dann umräumen, versteht sich. Wir haben auch noch Eisen drin zum Beispiel. Wir haben so viel Zeug, ey, ich weiß gar nicht, wohin damit alles. Das Eisen halt jetzt schon, aber der andere Kram, der muss mal weg. Und ich habe auch gar nicht mehr so viel Zeit für die Folge, denn wir haben schon 12 Uhr. Die Folge muss heute um 13 Uhr kommen. Ich muss heute auch mal die Folge für morgen aufnehmen, damit ich mir ein bisschen mehr Zeit lassen kann. Das ist ja eigentlich ganz fresh. So, dann gehen wir mal wieder hoch den Weg hier. So, der Boden muss aus, äh, Dingens sein. Aus, 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 ähm, hier, sag schnell, aus Holz. Aus Holz. Der Rest ist aber egal. Ähm, deswegen mache ich mir nur ganz kurz hier so ein bisschen Holz in die Holz und mache mir daraus mal, ups, nee, nicht Pressure Plates, so, Holz. Ähm, und dann gehen wir hier hin und dann müssen wir tatsächlich mal gucken, auf welcher Höhe das sein muss. Ähm, ich würde sogar schon fast sagen, dass wir das auf, naja, auf dieser Höhe geht ja nicht. Wir müssen es ja auf dieser Höhe machen. So. Aber ich denke mal, das passt, dass wir die Höhle auf dieser Höhe haben. Also die, diese, diese, ihr wisst schon, dass wir das ja jetzt gerade bauen halt, ne? Ähm, wir bauen das halt auch nicht komplett. Wie gesagt, die Folge kommt gleich schon. Ähm, ja, wir könnten das einfach hier so straight hochgehen lassen. So. Und man kommt dann hier an und befindet sich in einem weiteren Teil der Höhle. Wo würde man denn dann hochbauen jetzt an dieser Stelle? Hier direkt. Ich markiere mir das mal mit Granite. Obwohl Granite schon echt ein hässlicher Block ist. Aber Dorite ist noch viel schlimmer. So. Zack. Zack. So. Und zack. So. Da würde ungefähr dieses Mittelpfosten-Ding sein. Und dann könnten wir auch direkt hier hochgehen vielleicht. Ich bin immer mehr begeistert quasi von der, äh, von der Idee mit dem, äh, mit der Spiraltreppe. Die gefällt mir eigentlich ganz gut, weil sich das durch den ganzen Turm durchzieht. Kann ich jetzt hier nicht hoch oder was? Ach so, deswegen. Okay. Ähm, dann kommt man hier quasi lang und dann geht's hier wieder hoch. So. Und dann wären wir quasi schon im Turm. Wie gesagt, ähm, sagt mir mal, was ihr davon haltet. Vielleicht findet ihr, finden wir ja noch eine bessere Lösung. Aber mit der Spiraltreppe finde ich das eigentlich ganz cool. Und hier könnte man dann quasi, ähm, man hat hier noch einen ganz kleinen Raum. Der soll auch nicht so, äh, so riesig sein. Ähm, der soll einfach so ein bisschen hier in diese Richtung gehen. So. Vielleicht hier an der Seite noch so ein bisschen was dran gebaut. So. Hier an der Seite ist dann Wand natürlich, ne. Und dann hier hat man vielleicht, ja, hier hat man dann vielleicht, sieht man noch ein bisschen das Fundament des Turms. Upsala. So, die kann ich ja wieder abreißen. Das ist ja kein Problem. Okay. So. Und, äh, ja, dann brauche ich jetzt natürlich Stein und, äh, Cobblestone. Hier der Platz wäre dann ungenutzt, aber das ist nicht so schlimm. Dann haben wir hier halt einen Leerraum. Mein Gott. Das, äh, wird nicht das Ende aller Tage sein, Leute. Ähm. Ich will mal ganz kurz ein bisschen Cleanstone, weil Cleanstone sollten wir eigentlich noch in dieser Truhe hier mehr als genug haben. Ja. Die, die Cleanstone-Apparat muss ich ja nochmal anschmeißen. Ich hab, glaub ich, irgendwo zwei Hopper, oder? In dieser Hopperkiste hab ich einen Hopper. Und ein Hopper klebt hier vorne dran. Gut, dann machen wir das mal eben. Warum schmeißen wir das Ding hier wieder an? Weil das brauchen wir ja auch für unseren Turm, wenn wir da mal weiterbauen. So. Oh, krass. Wir haben da gar keine Kohle mehr drin. Okay, dann geh ich mal eben einen, äh, Stack Kohleblöcke holen, würd ich sagen, oder? Äh, da hab ich den reingetan. Ein Stack Kohleblöcke. Das sollte für das erste Mal reichen, ähm, ja. Packen wir den mal hier rein. Zack. Und der schmelzt wieder durch. Das ist schön. Dann haben wir da auch immer genug Cleanstone. Dann gehen wir hier quasi so hoch. Hier an der Seite ist dann halt so eine, so eine, so eine Cleanstone-Wand. Ja, da nicht. Aber auch hier haben wir dann diese typische, klümpische Cleanstone-Wand. So, und dann kann man hier ja noch, zack, das geht hier auf jeden Fall weiter. Ähm, ja genau, hier geht's hoch. Und dann machen wir das hier vernünftig. Also wenn wir das mittlere Teil auch aus Holz machen, dann hätten wir hier natürlich auch so ein fettes Holzding, was hier hochgehen würde, wenn wir hier langgehen würden. Ähm, ja, und dann bin ich auch eigentlich schon sehr zufrieden mit dem ganzen, also von der, von der, von der Grundidee des Turms. Finde ich gut, ähm, wie das sich gerade so entwickelt. Ähm, so. So, und, ja, von mir aus dann da auch noch einen. Dann müssen wir natürlich gucken mit der Decke hier, wie das aussieht, weil das sieht so absolut bescheuert aus. Dann müssen wir gucken, ob wir das irgendwie besser hinbekommen. Stimmt, weil das ja Half-Slaps sind, ne? Ja, da muss ich gucken, dass wir dann, äh, so im Endeffekt machen, dass das hier ein bisschen weiter unten ist. Wenn wir uns in dieser Höhle befinden, so. Ja, so wiederum wird das ganz cool aussehen, dass man hier so merkt, man ist so noch ein bisschen, äh, in der unteren Ebene, aber auch schon ein bisschen weiter oben. So, und hier kann ich auch mal wieder so ein bisschen wegschnützeln. Schnützeln? Wegschnützeln? Habe ich auch noch nie gesagt. So, dass man dann hier, äh, im Endeffekt weitere, ähm, hier, weitere kleine, äh, Höhlen-Segmente hat, beziehungsweise ein weiteres kleines Höhlen-Segment hat das, was wir gerade bauen. Verrückt. Und, äh, dann könnte man damit auch schon gut arbeiten, schätze ich. Ähm, ja, das gefällt mir. Oh, habe ich bereits gezeigt, was wir im Livestream gebaut haben? Ich glaube, wir haben, ich habe noch gar nicht gezeigt, was ich im Livestream gebaut habe. Das kann ich auch mal eben machen. Ja, im Livestream, Leute, haben wir, ähm, das ist ziemlich cool, haben wir hier unten einen Weg gebaut. Hier. Der nach unten führt. Und hier habe ich dann den Monster-Spawner zu einer funktionierenden kleinen XP-Farm gemacht. Und das ist ziemlich cool, weil hier droppen dann gleich die Zombies rein. Ich sollte mal vielleicht was essen. Also man kann es auch so ein bisschen sehen. Das ist hier nicht so schön gebaut wie bei dem Sklet-Spawner, aber das soll es auch nicht, weil es ist eigentlich zu gut egal. Also vielleicht ersetze ich den Block noch durch Holz. Aber sonst dann halt nicht mehr. Äh, und man kann dann da drauf drücken. Und dann werden die Mobs, die da drin sind, gecrusht. So. Finde Zeit lang. Weil wir ja nicht den Platz hatten, um die runterfallen zu lassen. Und sobald der Crusher fertig ist, äh, der ist nicht perfekt, der Crusher, aber der schwächt sich so sehr, dass man sie mit nem, mit nem Schwert halt in einem Hit umhat. Aber mit der Hand hat man auch noch ein paar Hits. So, das haben wir im Livestream gebaut. Und ich würde sagen, hier müssen wir auch noch viel tun, dass das vernünftig runtergeht. Aber das machen wir dann in einer der nächsten Folgen von Let's Play Minecraft Craft Attack. Ich hoffe, dass ihr gefallen. Äh, wieder, also, es war mal so ein bisschen Schwurbliwurbli-Folge, ne? Also am Anfang haben wir, äh, die Mining-Session gemacht und, äh, dann das hier. Ich hab jetzt circa, ja, doch schon zwei Stunden aufgenommen und hier ist nicht viel, äh, daraus entstanden. Aber wir haben jedenfalls, äh, diesen Weg hier hoch und wir wissen ungefähr, wie wir das hier bauen wollen. Also, ähm, würde es mich freuen, wenn ihr auch einen Kommentar da lasst, wie wir das hier bauen sollen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach in der nächsten Folge von Let's Play Minecraft Craft Attack. Tschüss. Tschüss.